Ich bin Renate Niederhauser aus der Schweiz. Ich habe eben den Wochenendkurs Gastric Bending mit Sheila Granger teilgenommen. Sie vermittelt uns wirklich sehr handfeste Möglichkeiten direkt mit dem Klienten zu arbeiten, neue Ideen. Sie kombiniert sehr viele Methoden miteinander, dass es ein super Package gibt, damit zu arbeiten. Ich bin auch sehr dankbar für die vielen Tipps, wie man Marketing betreiben kann mit einer Praxis im Aufbau. Wir hatten super zwei Tage. Vielen Dank!